Zudem hat St. Pauli auch noch heute im Fußball gewonnen. Das bedeutet, heute ist Doppelstimmung. Guten Morgen zu Tag 3 hier aus Hamburg. Gesundheit. Heute ist eigentlich der entspanntere Tag von allen, weil morgen ist Marathon. Mein Vater wird sich ausruhen heute Nachmittag, um morgen halt fit zu sein und all das mögliche zu schaffen. Deswegen heute eher entspannter. Ich werde nachher noch in die Stadt gehen. Wir gehen jetzt erst nochmal zurück zur Messe. Wir müssen dort nochmal 2-3 Sachen regeln. Und dann geht es in die Innenstadt und heute Abend nochmal was essen. Also an sich ganz entspannt heute. Die Fahrradwege hier in Hamburg sind einfach nur komisch. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Bei der Messe und dem Lauf hier im Ziel stand es hier schon einiges los. Allerdings ist das irgendwie dieser Zehntel, das Zehntel, dieser Zehntel Lauf für die Kleinen. Der irgendwie nur so 4, noch was Kilometer ist. Und schon wieder da an der Messe. Das hat ja lang gehalten. Gestern da, heute da. Das sind die ganzen Gewinner von den letzten Jahren. Das war sehr kurz auf der Messe. Mein Vater hat keine Uhr reklamiert und hat einfach mal ein Premium-Modell rausgeholt mit noch anderen Abendmännern dazu. Also hat einen richtigen, richtigen Gewinn gemacht. Das war schon ziemlich cool. So. Und jetzt teilen wir uns auf, weil jetzt gehe ich in die Hamburger Innenstadt und meine Eltern machen eine Hafenrundfahrt. Es gab jetzt doch noch mal eine kleine Planänderung. Ich gehe doch noch nicht in die Stadt. Das mache ich erst nachher. Ich bin bei diesem Durchgang des Elbtunnels jetzt nochmal dabei. Das letzte Mal waren wir auch schon da drin. Allerdings sind wir nicht durchgelaufen und das machen wir jetzt diesmal. Und danach geht es dann ruhig in die Stadt. Meine Eltern machen noch die Hafenrundfahrt weiter. Aber ich bin mal gespannt, wie das da drin ist. Es ist auf jeden Fall dunkel. Musik 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 Das war wirklich sehr schön, jetzt hier gerade da zu sitzen und einfach so ein bisschen zu entspannen. Musik Wir sind ja jetzt hier durch den Elbtunnel rüber gelaufen, der ist jetzt hier drüben und führt ungefähr 426 Meter hinten unter der Elbe durch und geht dann dort auf der anderen Seite wieder durch den Turm hoch. Musik 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 Es regnet. Ich mag Regen nicht. So. Regen, Regen, Regen. Die ganze Kamera ist nass. So, ich bin jetzt wieder in einem Hotel, wie ihr seht. Wie man vielleicht merkt. Oh, das Licht hier ist aber geil. Eigentlich passiert jetzt heute nicht mehr wirklich was. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Wir haben es jetzt ungefähr 20 Uhr. 19 Uhr. 45. Ja. Ich würde sagen, das war es mit diesem Video. Oh, eine Jacke mit einer Hand ausziehen ist echt. Sieht immer toll aus. Wenn es euch gefallen hat. Es wird auch immer besser. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Schreibt mir die Kommentare, was euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Video morgen, wenn es dann zum Lauf geht. Also das Video kommt für euch irgendwann anders. Aber für mich ist es morgen, wenn es zum Lauf geht. Und wir sehen uns dann. Bis denne. Und ciao. Nein, und raus. Raus. Raus.